Jeff, du siehst wieder aus. Sieht man das? Ich denke schon. Wunderschön. Wo will er denn hin? Hey! Wo willst du denn hin? So ist fein. Menschenskinder, was ist los mit dir? Guck mal was ich dabei habe. Jeff. Ich habe hier ein Rinderhalsknochen. Da oben ist hier Bank, da möchte ich noch hin. Und da werde ich mal schauen, wie der Jeff sich... So, leider ist hier alles nass. Ich habe gedacht, hier oben ist es trocken. Aber ich werde trotzdem mal schauen. Weil ich wissen möchte, wie er sich dann verhält. Wo er sich hinlegt. Ob er die Ruhe weg hat, Jeff. Ich hoffe, man versteht mich ganz gut. Es windet ordentlich. Aber ich habe da so ein Mikrofon dran. Das sollte eigentlich die Windgeräusche deutlich reduzieren. Ja, ja. Warte, warte, warte. So. Ja. Wo geht da hin? Jeff, du bist gut. Absichern, wa? Ich gucke hinten und du guckst nach vorne. Ja. Ich hoffe, es bleibt nicht so, ne? Aber es wäre auch schön, wenn du uns dein Gesicht zeigst, Jeff. Was ist am abscannen, ob da irgendwas gefährliches kommt, was deine Beute wegnehmen könnte oder wie? Also bitte macht das nicht nach. Es gibt immer solche Spezialisten, die machen dann auf dem Kinderspielplatz eine Rohfütterung. Ich wollte nur mal sehen, wie so seine Körpersprache ist. Ob er sehr unruhig wirkt oder ob er die ganze Zeit am Schauen ist. Das hält sich eigentlich in Grenzen. Ich habe gedacht, dass da mehr kommt. Dass er da mehr nervöser schaut, dass er sich vielleicht auch irgendwo zurückzieht. Dass er es jetzt so macht, ist nicht gedacht. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Oh, nee. Entfernen wir doch nicht. Es kam eine Schlange auf unserer Seite. Oder geht's. Es kam ein. Es kam in die Schlange. Oh, das war mir. Es kam in die Schlange. Die Schlange das ist in der Schlange. Und das ist das? Ja. Meine Father ist. Du, Jeff, willst du mal herkommen? Komm her. So ist es weit. So ist es quer, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020